so weiter geht es heute mit Assassin's Creed 4 Black Flag und wir machen heute weiter mit der Eroberung bzw. mit den Synchronisationspunkten hier aus Kingston. Na dann, auf geht's mein Freund. So, gehen wir mal rüber. Bieren müssen zu der Mühle da vorne ok. Zumindest sehe ich das so. Oh oh, das könnte was bösen. Okay, alles gut. Ging schon gut gerade. Muss ich jetzt das Lagerhaushalt machen? Dann machen wir das Lagerhaushalt erst. Ja, schade. Ich muss jetzt so gerade gucken, dass ich jetzt da richtig. Ach, geh doch da richtig hin. Ja, ja. So, wir müssen also da rüber und müssen, dann machen wir heute tatsächlich erstmal Lagerhaus, würde ich sagen. Das sind mehrere Gegner. aber kein Schlüssel hat es. Oh oh, sonst war das jetzt so, als ich nicht beabsichtigt. So, kann ich das Ding sabotieren? Ja. 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 Wo ist denn der? Der oberen Turm oder was? Na gut, okay. Das ist klar, dass der uns sieht. Ich gucke mal gerade da hoch. Wo ist denn der? Das ist die Leiter. Hier ist der Leiter, würde ich sagen. Den hole ich mir da oben noch. Das sind sogar zwei oben, okay? Ja, jetzt gucken wir schon hin. Tschüss. So. Ähm, Schlüsselträger, hallo? Wo ist der scheiß Schlüsselträger hin? Ne, weil ich es wohl, wenn ich jetzt weitermache, mache. Ich kann jetzt natürlich drin schon das Ding machen, aber... Äh... Da ist der. Äh, warte mal. Ich hab das jetzt... Tschüss. Ist der? Oh. Moin. So. So, dann nehmen wir mal kurz den Schlüssel hier. Und können das Schlager ausblendern. Aber das machen wir nicht jetzt, sonst werden wir uns ganz kurz die drei Jungs da noch fischen. Und das war euer letzter Stücklein. So, hier ist auch ne... Hier sogar noch ne Kiste irgendwo. Ich höre sie nur gerade, ich sehe sie noch nicht. Da ist sie. Nehmen wir nochmal 18 Truhen gibt es hier in Kingston. Ah, okay. Okay. Äh, gut. Lagerhaus. Lagerhaus. Da machen wir das nochmal. Alle Feinde sind weg. Das Lagerhaus. Plündern mal kurz. Holz, Metallstoff, Rum und Zucker. Mal bestimmt was. Nicht viel, aber mal hin. Nicht viel, aber mal hin. Ich bin ein bisschen. So, erledigt. Drei Lagerhäuser haben wir geplündert. Ich habe die Herausforderung abgeschlossen. Ja, darum geht's weiter. Ja. Mit dem, äh, Aussichtspunkt. Wie gesagt, vermute ich da oben die Mühle. Die Frage, komm ich da ohne weiteres ran, hoch, wie auch immer. Ach, hier hoch. Ja. Uff, machen wir's doch, oder? Wäre die Frage, wenn's geht. Ja, das Ding ist gut. Die ist gut gebaut. So gebaut, dass wir da ohne Probleme an der, äh, an der, äh, an der Mauer hoch, am Mauerwerk hochklettern können. Hm, dann haben wir den Punkt. Doch, ohne größere Probleme. So. Dann decken wir mal ein weiteres Stück und entdeckt das Land auf. So. Rotches. Okay, sind wieder fallen da ohne Hände, aber das ist jetzt so interessant. Ähm. So. Echt, so viel zum Thema. Es ist für uns uninteressant, ist es nicht. Scheiße. Das ist natürlich wieder alles toll, weil das ein feines Gebiet ist, was, aber das liegt mit auf dem Wasser irgendwo, ne? So. Dann haben wir noch einmal hier. Und dann hätten wir's, glaub ich, auch, oder? Wie haben wir denn jetzt überhaupt? Sonst würde ich... Nehmen wir jetzt mal das eine Ding, was da noch, äh, unentdeckt ist. Äh, was, was halt so ein bisschen offen ist. Was einfacher ist, dann was machen wir so. Weil, wie gesagt, das große Gebiet, ja gut, okay. Vielleicht willst du uns noch nicht durchschlagen. Äh, weil... Eigentlich machen wir mal Glück haben. Ja, ja. Wenn wir Glück haben... Das ist auf dem Wasser, aber wir haben kaum feines Kontakt. Was haben wir denn hier noch? Lagerhaus, weiter das Lagerhaus, okay. Okay. Aber erst mal diesen Punktchen mitnehmen. Äh, Hilfe. Okay. Das war doch richtig. Ich dachte, ich könnte ein bisschen auf dem Schottschein umsetzen. Nein, das ist nicht. Sondern das ist ein kleinen Mini-Vorsprunglicher. Den nehmen wir mal mit. Zupi! Zwie sind wir denn noch nicht? Äh... Verfreundlich, ja. Boah. Ja. 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 Das ist nicht klar. Aber ich weiß nicht, ob der... Aber ich weiß nicht, ob der... Da ist er. Scheiße. So, das ist super. Ja. Leck mich doch. Ja. Leck mich doch. So. 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 Jetzt. Halte mal. So. So. so kann ich auch nicht dass ruhe hier dass den schlüsseln wir mal kurz klauen sogar zwei lagerhäuser dabei gemacht wird so jetzt muss ich schauen müssen wir die glocke wir sind gerade der zweck mein gott ist ja gut rastet aus so wir gehen wir runter das bei bote kommen wir zum subjector zurück aber ich will es mal kurz die links werde ich mache hier die glocke mal deaktivieren wenn ich hier rauskomme zwischen flaschen gut jetzt hier das geld hast du dabei haben wir das schon geschafft also glückchen mal deaktivieren damit hier nicht noch mehr ankommen damit und ich noch mehr von euch da ist noch einer ja aber für mich jetzt gerade mit weniger den hol ich mir das wird so fertig aber war das lager auslehr bisschen weiter morgen damit genommen so gut dann haben wir das auch aber ein weiteres lagerhaus mal erobert und ja es kommt immer mal wieder ein bisschen was dazwischen es ist halt einfach mal so eigentlich dinge die ich nicht immer zu 100 prozent geplant hätte habe nur dann fehlt es glaube ich nur ein punkt oder was will ich das gerade richtig und in der nächsten folge würde ich sagen gucken wir mal dass wir diesen einen letzten synchronisationspunkt haben bis dahin tschüss und 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 und